Hallo? Nein, da haben Sie sich verwählt. Ja, ist kein Problem. Wiederhören. Hallo? Sie sind schon wieder falsch verbunden. Ich habe gesagt, Sie sind schon wieder falsch verbunden. Nein, nein, hier gibt es keinen Jürgen. Ich habe gesagt, hier gibt es keinen Jürgen. Tut mir leid, Sie haben sich verwählt. Ja, ist nicht schlimm. Wir hören. Ja. Hören Sie, Sie sind immer noch falsch. Tut mir leid, da kann ich Ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Hallo? Ja, hier ist Jürgen. Ach, Georg. Ja, das ist ja eine Überraschung. Ach was? Nein. Nein, da konnte ich nicht. Aha. Ja, das ist ja eine Überraschung. Ach was?